Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Podcast. Ich bin Oliver Ereni und ich habe ein spannendes Thema für dich. Also dranbleiben. Macht und Unmacht. Das sind ja eigentlich ganz, ganz riesige Themen. Wenn man sich das astrologisch anschaut, dann sind diese Themen gern mal dem Sternbild Skorpion. Zugeteilt. Also die gehören zum Archetypen Skorpion. Macht und Unmacht. Aber was bedeutet das jetzt? Wenn man sich ein bisschen mit Magie auskennt, geht es ja auch immer darum, wer hat jetzt die Macht. Also Star Wars zum Beispiel auch dieses magische Energiefeld, das auf Deutsch die Macht genannt wird. Was bedeutet das aber jetzt für dich persönlich? Macht und Unmacht, diese plutonischen Energien. Und ich finde, es ist gerade wichtig in unserer Zeit, dass wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen. Nämlich diesem ganz klaren Gefühl, was habe ich in der Hand und was habe ich nicht in der Hand. Das heißt, über was habe ich die Macht und wo habe ich keine Macht. Man könnte es auch anders übersetzen mit, was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen. Und ein ganz häufiges Thema, was da vorkommt, und das führt mich gleich zum ersten Punkt, ist, dass Klienten oft sehr gekränkt sind, mit welchen Gefühlen Leute auf sie zugehen. Zum Beispiel jemand ist unfreundlich oder jemand lehnt sie ab. Also die Gefühlswelt von anderen. Und viele Klienten machen sich dann auch für das verantwortlich. Und wenn du das kennst, wenn du das Gefühl hast, was habe ich denn falsch gemacht, dass der jetzt so schlecht gelaunt war mir gegenüber oder dass der so unfreundlich war, dann ist das gleiche mal der gute Tipp, du kannst das sein lassen, weil das ist eigentlich nicht in deiner Macht, wie jemand auf dich reagiert. Denn ob ich jetzt sage, du bist der wunderbarste Mensch der Welt oder du bist der größte Idiot der Welt, das liegt nicht in deiner Hand. Das ist einfach meine Wirklichkeit und das ist auch mein Thema dann. Vielleicht bin ich unfreundlich dir gegenüber. Vielleicht bin ich nicht sehr höflich dir gegenüber. Das mag alles sein. Und da kannst du dir überlegen, ob du jemanden Unhöflichen oder jemanden Unfreundlichen in deinem Umfeld haben möchtest generell. Aber grundsätzlich liegt es nicht in deiner Hand, wie ich jetzt auf dich reagiere oder wie jemand anderer auf dich reagiert. Es ist auch nicht die Aufgabe von anderen, so schön es auch wäre, zu erkennen, wie toll du bist oder wie besonders du bist. Das solltest du schon aus dir selbst heraus generieren können. Und das ist also der erste ganz wesentliche Teil. Übernimm nicht die Verantwortung für Gefühle von außen. Da bist du wirklich ohnmächtig. Da kannst du nichts dagegen tun und du wirst sie auch nicht ändern können. Also das bitte ganz klar merken. Und das führt gleich zu Punkt 2. Nämlich, andere sind auch nicht für deine Gefühle verantwortlich. Und das ist auch ganz wichtig. Da hast du die Kontrolle. Denn es geht dann auch nicht, dass du sagst, du machst mich traurig oder du machst mich glücklich. Sondern es geht darum, dass du auch für deine Gefühle die Verantwortung übernimmst und für deine Gefühle einfach auch einstehst. Das bedeutet, niemand im Außen kann dir ein Gefühl vermitteln. Denn letzten Endes ist es deine eigene Verantwortung, dafür auch einzustehen, für deine Gefühle und dafür auch die Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, die Macht über deine Gefühle zu erlangen. Und das ist ganz wichtig. Wir werden natürlich oft vom Umfeld getriggert und ich erlebe das auch immer in Sitzungen. Das Umfeld triggert dich, dich ärgert etwas, dich ängstigt etwas, irgendeine Nachrichtensendung oder irgendwas. Aber letzten Endes sind das nur Impulse, die hinweisen, wenn du darauf reagierst, dass du bei dir selber mal reinschauen kannst, rein spüren kannst, was spielt sich denn bei mir ab? Also übernimm bitte die Verantwortung auch für deine Emotionen und bleib da ganz klar bei dir und geh nicht nach außen. Das ist schon Punkt Nummer zwei. Da solltest du in deiner Macht sein. Im Außen, Gefühlen von außen gegenüber, bist du absolut ohnmächtig. Da kannst du nichts tun. Das heißt, du hast Verantwortung für deine Gefühle und da kannst du auch die Kontrolle darüber erlangen. Und da solltest du auch die Kontrolle darüber erlangen. Und das heißt jetzt nicht, dass du zum Roboter wirst, sondern es geht nur darum, dass man sagt, ein Gefühl darf einen gewissen Raum einnehmen, einen gewissen Rahmen haben. Meines Erachtens nach. Das ist wie ein Fluss, der durch ein Flussbett fließt. Wenn der über die Ufer tritt permanent und Häuser links und rechts verwüstet und mitreist, dann kann man nicht mehr sagen, der Fluss ist so wunderbar und so nährend, sondern dann ist der Fluss einfach zu weit gegangen und gehört eingezäumt. Und so ähnlich sehe ich das eigentlich auch mit Gefühlen. Das heißt, man sollte lernen, dass die Gefühle selber eigentlich unter deiner Kontrolle stehen und dann lebt es sich schon wesentlich leichter. Wenn du da natürlich Themen hast oder Probleme hast mit deinen Emotionen, dass die hochpoppen oder das Gefühl hast, du bist da ohnmächtig deinen Emotionen gegenüber, dann schau dir mal ein paar so Übungen an. Ich habe einige Meditationen auch am Kanal, aber beschäftige dich da bitte mal damit. Gut, also eigene Macht, eigene Kontrolle über deine eigenen Emotionen, keine Kontrolle, eine Ohnmacht über die Emotionen von außen. Und wenn du damit konfrontiert wirst, weil ich erlebe es auch bei Klienten, die gerne im Familiensystem da was übernehmen, das heißt, zum Beispiel, wenn du als Kind gehört hast von deinen Eltern oder von deiner Mutter, du machst mir solche Sorgen, Kind, ich sorge mich so. Ich kann erst ruhig schlafen, wenn ich weiß, dass es dir gut geht. Wenn da solche Themen abgelaufen sind bei dir im Familiensystem, dann geht es auch darum zu erkennen, dass du nicht die Verantwortung für die Gefühle oder Gedanken deiner Eltern hast. Und du kannst auch gerne sagen, ich würde diese Sorgen gerne nehmen, ich würde sie auch gerne tragen, weil ich dich so lieb habe, Mama oder Papa. Aber ich kann es nicht lösen, das habe ich jetzt erkannt, darum gebe ich sie dir zurück. Ihr seid die Großen, ich bin der Kleine. Das ist so das wichtige Bild. Ihr seid die Großen, ich bin der Kleine. Und wenn man es eben, das ist die Ebene der Eltern und wenn man das auf der Ebene von Arbeitskollegen hat oder von Freunden hat oder Geschwistern, kann man das ja ebenbürtig auch sehen und sagen, okay, du bist genauso stark wie ich, du bist genauso kompetent wie ich und du bist verantwortlich für deine emotionalen Welten und Realitäten. Also das sind so diese Macht-Ommacht-Themen in Bezug aufs Gefühl. Und jetzt kommen wir noch zu etwas, das so ganz, ganz wichtig ist. Da komme ich jetzt zurück zum Skorpion, den ich eingangs erwähnt habe. Plutonische Menschen, also sehr stark plutonisch geprägte Menschen, ich habe auch Astrologie-Videos, da kannst du mal ein bisschen reinhören noch über die Astrologie, aber es geht nicht um die Astrologie, sondern es geht um einen Wesenszug, um einen Archetypus. Und plutonische Menschen wollen eben gerne alles unter Kontrolle haben. Und das ist dann ganz schlimm, wenn sie was nicht unter die Kontrolle kriegen. Und der plutonische Anteil in einem selbst und auch in jedem Menschen selber ist so ein Flüsterer. Der flüstert immer so, wenn du das nicht tust, dann passiert was Schlimmes. Zum Beispiel, wenn du nicht so und so erfolgreich bist, dann kannst du nicht glücklich sein. Oder wenn du nicht so oder so ausschaust, dann kann dich niemand lieben. Das sind so typisch plutonische Programme. Und die sollte man auch enttarnen und ganz achtsam sein. Nämlich nicht, dass man immer einem Programm nachrennt, nämlich einem Ideal nachläuft, einer fixen Idee nachläuft und dabei eigentlich links und rechts nicht mehr schauen kann und absolut dem Abgrund entgegen strebt. Weil wenn ich nur sage, ja, nur du bist mein Glück und nur diese eine Person kann mich glücklich machen. Oder wenn du mich nicht liebst, würde mich kein anderer mehr lieben. Solche Geschichten, das sind so ganz stark plutonisch geprägte Programme. Und da bitte Obacht, aufpassen und sich da nicht verführen lassen. Pluto, Skorpion, ist auch so ein bisschen der Verführer. Das heißt, der ist immer so dieser, na, schau mal und du wirst das dann schon schaffen. Also der versucht, dann auch zu bezirzen. Ja, das wären so ein paar Inputs zum Thema Macht und Unmacht. Am besten ist einfach, mach dir selber ein Bild, mach dir selber eine Liste, wo hast du Kontrolle und wo hast du keine Kontrolle. Und das, wo man keine Kontrolle hat, das muss man ja lernen anzunehmen, mit dem muss man sich arrangieren. Aber das, worüber man die Kontrolle hat, das kann man dann selber ganz leicht auch bearbeiten und auch lösen und vielleicht auch auf energetischem Weg. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, teile das Video gerne. Vielleicht kennst du ja Skorpione. Also ich meine nicht die Tiere, sondern die Sonnenzeichen, Skorpion oder plutonisch geprägte Menschen. Vielleicht hast du selber deinen inneren Pluto entdeckt. Wenn du ein Thema hast, das ich mal bearbeiten soll, dann sag es mir einfach mal, schreib es mir in die Kommentare. Ich bereite da gern was vor. Ich bin Oliver Erini, Energetiker aus dem wundervollen Linz und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche dir alles Gute und eine gute Zeit. Tschüss, bis nächstes Mal.